Wo finde ich Souvenirs? Ich suche ein Bekleidungsgeschäft. Ich suche ein Bekleidungsgeschäft. Wo ist die Schuhabteilung? Wo ist die Schuhabteilung? Hast du es in klein, mittel, groß? Hast du es in klein, mittel, groß? Haben sie andere Farben? Haben sie andere Farben? Kann ich es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Das ist zu teuer Das ist zu teuer Können sie mir einen besseren Preis anbieten? Können sie mir einen besseren Preis anbieten? Hast du etwas billigeres? Hast du etwas billigeres? Ist etwas zu verkaufen? Ist etwas zu verkaufen? Ich schaue nur Ich schaue nur Ich schaue nur Wo bezahle ich? Wo bezahle ich? Soh und nicht mehr Alkohol Ich schaue nur Ich schaue auch Ich schaue noch Ich schaue das